Herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren Folge Pokémon Schwarz 2. Hier war es stehen geblieben, dass ich gesagt hatte, ich lade mich einmal auf, aber das war jetzt doch nicht zu 100 Prozent, weil diese eine Züchterin schon wieder dauernd kämpfen will. Wir könnten sie ja noch einmal umgehen. So, jetzt bin ich mir überlegen, ich lege sie dann rechts rum. Oh, war ich hier schon drin? Scheinbar noch nicht. Och, komm. Da laufe ich extra zurück und hier kann ich mich heilen. Dankeschön. Naja, egal. So. Gut, dann nehme ich mal eben die Wüste, wenn ich jetzt hier schon drüben bin. So. Pokémon gucken wir oder nicht? Ich werfe mal das Itemretter an. So, ich gucke mal hier nach Pokémon. Oh. 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 Die Tunit. Habe ich überhaupt Bälle? Ich glaube, ich habe mir keine Bälle mehr richtig gekauft. Kann sein. Ähm. Fünf Stück. Okay. Machen wir eben Rückkehr. Zack. Okay. Steinkulatur. Oh. Ja, der Sandsturm macht Schaden. Da muss ich aufpassen. Ich glaube, ich... Aua. Ich würde, glaube ich, Anton dann rausholen. Volltreffer. Gut. Dann holen wir uns jetzt das Pokémon. Ein Poké-Ball. Super-Ball. So. Dann bleib mal schön im Bällchen, ja? Schön drin bleiben. Schön drin bleiben. Dankeschön. So. Ein schöner Eintrag in den Pokédex. Nummer 115. Steinhaus. Nope. Noch kein Spitznamen. So. Dann schauen wir uns das doch mal an. Dankeschön. So. Wisstmäßig. Also Spezialoffensive. Lohnt sich bei deinen Attacken momentan nicht. Naja, egal. Ähm. Anton vor. Wenn Anton schon sowieso im Level weit vorne hängt. Aber Anton hat halt den Vorteil mit seiner Fähigkeit. Was macht ihr denn hier? Achso. Den alten Palast. Ja, da können wir doch mal hingehen. Was soll denn das? Ähm. Ich will dein Itemradar anschmeißen. Ne, für das nix. Hm. So, dann checken wir mal die Wüste ab. Hi. Mülleimer. Oh Mann, du kannst mich heilen. Das weiß ich. Krankenschwester. Meine Pflegerin. Mit deinem Pilopi. Mit deinem Pilopi. Mit deinem Pilopi. Alkos. Waaah. Jetzt sind wir beide verwirrt. Super. Hyperheiler. Nicht mehr verwirrt. Ich bin aber verwirrt. Anton ist total verwirrt. So. Anton, sei nicht so verwirrt. Zauber. Oh ne. Oh ne. Aua. Schmerz das nach. So. Und jetzt den finalen Schlag. Komm, Anton. Das packste. Und tschüss. So, das war's. Eine Heilung bitte, wenn du es noch machst. Dankeschön. So, okay. Irgendwie muss ich meinen anderen Pokémon jetzt auch irgendwie trainieren können. Also versuche ich es einfach mal. Ich habe ja hier eine schöne Assistentin, die mich heilen kann. Also. Guck mal. Boah, die Sicht ist ja immer wieder schlecht. Hi. Lass uns fighten. Ranger. Magby. Ich habe auch einen Magby. Gucken, welcher stärker ist. Das wird interessant. Kommt ein Finte. Okay, ich glaube, ich versuche es auch mal mit Finte. Aua. Patsch. Aua. Gucken, wer mehr Schaden macht. Ich mache mehr Schaden. Roter Bereich. Zack. Komm, finish es. Gut gemacht, Magby. So, wie ich es gehört. Oh. Ich gebe dir immer noch Bären. Cool. So, jetzt darf ich aber erst mal wieder zurückrennen. Du, 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 du. So, Magby bitte wieder heilen. Du, du, du. So, dann. Wieder vor. Lauf, 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 lauf. Du, du, du. So. Gelb Stück. Hm. So. Guten Tag. Pudersand. Okay. Tatsächlich hier nicht genug Sand. So. Mal gucken. Boah. Das mit der Sicht hier ist echt, echt schrecklich. Da sind die Ruinen. Mal gucken, ob wir da reingehen können. So. Und Flickenwheel. Magby versus Flickenwheel. Theoretisch haben wir so kleinen Vorteile wegen unserem Movepool. Finte. Zack. Gewissheit. Boah. Passt, der Schaden geht. Und zum Abschluss. Glutattacke. Game over Flickenwheel. So. Zack, Sturm macht Schaden. Ah, genau. Das war das hier. Ähm, du warst Geist. Oder? Testen wir einfach aus. Müsste eigentlich. Aua. Mein Fuß tut weh. So. Und dann ist er mein Fuß entpacken. Ach. Hm. Da kommen wir mal aufhinter. Okay. Ah. Äh. Das ist mir etwas zu wenig Energie, die ich frisch habe. Das wird's auch nicht besser machen, das Level Up. Wenn's nicht meine Energie nicht. Funkenflug. Hm. So, dann muss ich auch erstmal drübeigucken. 15 AP. Ich ersetzte durch Feuerwehr. So. Aber da ich jetzt so voll bin zurückzulaufen, ich will ja nicht einfach meine Tafel Wasser. Was hab ich denn sonst? So, ich muss ja die Medizintasche. So, trink mal einen Schluck. So, jetzt kann mein Zortroni mal wieder vor. So. Ähm. Finden wir jetzt noch ein Item. Und so dicht an der Wüste ist schon eine große Wasserstelle. Okay. Alter Palast. Hi. Oh, ich weiß, mir darf hier einfach nicht drüber rennen, dann geht das schon. Hast du wieder die Fossilien? Nö. Ich dachte schon, das wäre wieder so der Typ mit den Fossilien, aber das ist ja Psycho-Fozzi. So. Oh, cool. Sympholacher. Ein richtig cooles Pokémon. Komm. Ach ja, stimmt. Du warst ja, glaube ich, Flugerz-Zwei-Typ. Kann das sein. Ja, war zwei-Typ-Fulug. Genau. Au. Das ist mächtig. Ziemlich mächtig. Ich glaube, ich muss mal kurz mich hochheilen. Ich hoffe, ich überlebe jetzt noch zwei Treffer. Glaub nicht. Okay, mal Psy-Strahl. Ich dürfte genauso viel Schaden machen. Mach mir zu viel Schaden. Äh. Magby. Ich hoffe, Magby kann hier nur Schaden einstecken, damit das hier funktioniert. Ja, Magby kann den Schaden einstecken. Jetzt die Finte. Ah, Luftschnitt. Ich hasse das. Mit dem Volltreffer-Wart und allem. Blah. Puh. Justviel. 600. Das Vieh ist so mächtig. So. Einmal. Zweimal. Gut, dann erkunden wir uns. Äh, erkunden wir das hier noch ein Stückchen weiter. Komm, ich will kämpfen. Und was kommst du denn? Auch mit einem Sympholara. Da werde ich ja mal eine Freude drüber haben. Wenn du jetzt auch eins hast. Wo die Morba war. Ähm. Fin. Ah, Meno. Komm. Psycho-Funzen. Warum sind hier eigentlich so viele Psychos? Komm hier. Zack. Fuck. Beteiligung sinkt. Dankeschön. Jetzt werde ich aber Rückkehr. Und zack. Das war's. Felskrab. Ist das eine Sackgasse? War schon immer so. Hm. Ist ja schade. Ich guck mal, woher stehen kommen wir schon an, dass er Löscher fallen. Ich denke, er ist auch so. Geht er. Und da. во ist der Psycho-Funzen? Warum übernehmen eigentlich die Psychos diese Sandebene hier? Ah, Monozyto Muss ich gleich auf den Decks gucken, wo es das gibt Ich will eins haben Wer gibt mir deins? Will eins haben? Lichtschild, das nutzt ihr eher wenig gegen meinen Move Weil er physisch ist Also Auf den Weg, Spatz Yeah, Level Up Level 23 Oh, das habe ich vermisst hier momentan Unsere Dame Unsere Dame sage ich schon Unsere Dame Hallo, Sandan Hi Will fangen Intensität 8 Aua So, mache ich mal eben Zornklinge Das sieht total putzig aus Das sieht total putzig aus, dass er da Intensität 5 Oh, geht So, dann fangen wir mal Mit einem Ball Super Ball Sande Dame wurde gefangen Juhu Sande Dame kann zumindest Bodenattacken Nicht so wie in der zweiten Generation, dass sie überhaupt keine Bodenattacke von alleine lernt So, ich will jetzt einmal hier Bevor ich mich auf den Kommentaren hingewiesen würde, ich gucke mir jetzt auch die, eine Liste wieder an Aber erst will ich nach Obwohl, wenn man jetzt schon, den Schick gerade schon drauf bin Hm Das gibt's hier Okay So, dann befinde ich mich hier Und hier gibt's das Okay Hier gibt's das Sympholara Interessant Dann gucken wir mal, ob wir das vielleicht finden können Ähm, Moment Monozyto gab's bisher noch nicht, war Sieht nicht so aus Äh, hoppala Falschtaste Ich drück immer durch die Nö, jetzt nimm ich falsch durchs Menü So Okay Nein Ähm So Von A bis Z Flop Dankeschön So, jetzt will ich hier nur gucken, wo Monozyto ist Oh, Mano Kein Monozyto für mich So So, dann gucke ich mal, ob ich Vor dem Haus jetzt noch das hin, woran ich suche Oh Kawaiya Dich können wir uns doch auch nebenbei nochmal aneignen Und wenn du schon da bist Zack Erstmal Aqualknarre Dunkelnebel Okay Und nochmal leben So Nachnebel Okay So Also verwenden wir jetzt noch schnell den Ball Und dann zischen wir erstmal ab So Makabaya wurde gefangen Dankeschön Dum 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 Nö So Ich würde sagen, ich speichere jetzt erstmal, beende den Part Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Wenn wir gucken, ob wir Zufolara Ergattern können Also bis dahin Ugh Und Wir sehen uns beim nächsten Mal Oh So